ja ich habe in einer höhle tintenfisch gefunden er kann auch nicht jeder von sich behaupten ja ach du scheiße das kann für uns aber auch gut sein richtig deshalb mache ich das wasser nicht weg aber hier unten geht es halt weiter hier ist doch noch gerade noch mehr wasser an der seite ich sehe das nur gerade nicht so gut hier ist lapis das aber auch zumindest das kann man weg machen schwimmste grad noch um er nicht bestimmt nicht nach ganz oben aber ich habe hier eine die ist nicht so ich bin mal gespannt ob wir hier wieder rausfinden ich bin dafür halt echt ein bisschen zu bescheuert also so wissen du ach da was ist denn hier noch los ich habe nur noch eine fackel ich achte sie hier geht es noch sehr weiter lass uns besser wieder umdrehen erst mal gucken was wir hier hinten haben und sehr schön geht ein bisschen nach oben aber wir sind sowieso recht hoch muss ich sagen wir sind jetzt auf einer höhe von 20 noch los oder warst du da hinten war ich noch nicht jetzt auch wieder hoch kann ja ein bisschen stöbern auch das war es aber okay also meist also was ich jetzt auch in den schluchten gemerkt habe viele höhlen eingänge oberhalb liegen und du runterkommst dass du von unten gar nicht mal so die chance hast du hast mich geschlagen nein habe ich nicht und nun soll man mal wieder ein stück zurückgehen ich habe noch gar nicht zu abend gegessen aber ich glaube das kann ich mir jetzt noch abschminken wie viel uhr haben wir denn wo wir schon 0 uhr durch kein abendbrot ja werde ich auch weil ich weiß auch gar nicht wie voll meine festplatte jetzt schon ist das sind ja wann haben wir angefangen nach dem problem kurz vor 9 das heißt wir nehmen schon über drei stunden auf wir müssen doch immer nur nach oben kommen oder hier hinter dir deswegen dachte ich hier keine ahnung wo uns dieser weg jetzt hier hin führen wird ich will einfach nur eine sackgasse wo bist du ja ich sehe den namen alles gut hallo okay wie kommen wir wieder hoch hoch buddeln bevor wir uns jetzt hier unseren weg aussuchen glaube ich das geschickt ist nach oben wo schlimm ist das jetzt auch nicht mehr oder oder ja ich und wir können ja mal hier gucken ja da wo du auch eigentlich zuletzt warst wurde uns hier hochgegraben hast hinter dir ja da bin ich auch legen und ich habe gedacht vielleicht kommt man hier irgendwie warte mal hier waren wir noch gar nicht aber hier geht es hoch hier ist eine sackgasse leute wir finden hier nie wieder raus wir sitzen hier bis morgen früh noch das ist weil in minecraft alles so verschwarte mal ist hier nee das ist auch eine sackgasse hier jetzt muss ich wieder wenn ich mir das video hinterher wahrscheinlich jetzt anschaue denke ich wie bekloppt waren wir dass wir immer durcheinander gerannt sind ja hier geht es nicht weiter und hier geht es nicht weiter brauchst nicht weiter zu graben spitzsacken müssen wir sparen müssen wir ja die leute denken sich auch wo sind die blöd die müssen daher und daher und daher dann sind die schon zu hause so weißt du wo wir hier reingekommen sind war da nicht lava ja okay die ist jetzt dicht richtig wir haben alles an lava dicht gemacht warte mal komm mal hier ja ja ich muss mal kurz wieder mich verbinden denn ouch wo bist du hier ich sehe dich drehe dich einmal ja noch mal kurz ein bisschen drehen so stopp jetzt müsstest du mich fast sehen ach da hinten boah soweit war ich jetzt weg singenst so guck mal vielleicht geht es ja hier weiter weil hier geht es hoch das ist immer gut sagt gas ja kloppen können vielleicht geht es aber hier weiter irgendwo muss es doch hier hoch gehen nee lalalala auch wieder sagt gas nee andere schlucht ach ja liebe leute so ist das in minecraft wenn jetzt tipps kommen mit bringt die fackeln immer rechts an danke für den tipp ja das habe ich auch mal eine zeit lang gemacht aber ich mache das in minen wenn es ja links zurück weiß ich nicht ob das auch wirklich es geht in minen ist das recht gut muss ich sagen also in minen funktioniert so manchmal jetzt sind wir hier wieder hier war auch eine sackgasse aber hier haben wir gebuttelt was war hier oben ach ja ich habe das gefühl hier sieht es besser aus wo bist denn du nicht unbedingt ganz viel besser aber die chance auf besser warte ich habe hier wieder lava hier waren wir noch gar nicht die sackgasse hier ist die erde ich bin jetzt bei 259 259 oh hier ist noch gold 204 204 ja da ist was hast du noch hier gefunden also ich meine ich bin hier das sah hier alles so ein bisschen vielversprechender aus nicht unbedingt hier also hier schon mal gar nicht aber als wenn es hier zumindest irgendwie weiter gehen könnte tötete hier auch nicht also ich bin hier schon mal gar nicht am 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 Vielen Dank.